Kohle Kaffee Dabrowski Kohle Kaffee Dabrowski Bitte nur nicht Oregon Jetzt habe ich es gesagt Chalet Chalet wäre ok Ach bitte Alles außer Haus man Alles außer Haus Alles außer Haus Boah bitte nicht Haus Haus Dammt Haus Scheiße Geil Boah wir haben Wir haben Ubisoft gefickt Trick 17 oder was Haha их wir sind Vermutlich Naja braucht man nicht unbedingt Views Aber Granaten Spiel mal Ash Er prac Ich bin Posse Ich geb Team Coals Spiel wir mal D Clo und auf dieselben Operator spielen. Boah, kann der Junge auch einmal was machen, außer zu nehmen, was von Kills spielt? Hey, ich war glaube ich gerade in der Runde vor dir. Nee, warst du nicht. Nee, war ich nicht. Aber du warst auf jeden Fall nicht MVP. Leider nein. Nee, das war Erik. Nee, das war Erik. Nee, das war Erik. Nee, nee, war's Dritter. Nee, du bist weg. Oh, Dritter war ja auch nicht schwer bei 2 Nuts. Boah, ich hab vor dem geladen. Nein. Nein. Oh, fuck, jetzt mein, mein, mein Sen ist jetzt, mein Sen ist total durcheinander. Mein Sen ist total durcheinander. Denk, denk an Meister. Wer bringt dir den Hedger? Lass dir hüllen. Ja, Meister, das hätt ich jetzt auch gerne mal, weißt du, heute läuft das. Ich muss hier vermelden. Oh, Keller. Oh, Keller läuft's? Ach, was? Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Und jetzt, die haben wir jetzt noch verletzt. Oh, Verbra. Oh, Verbra. Ah, der wird doch nicht rumstecken. Die haben wir jetzt noch durchgerufen. Ja, der wird jetzt noch keiner bereit. Nee, yeah. We, we, play. Egal, die haben Schilder, ich kann mich einfach vor Verbrauchen stellen. Sie können einfach vor Verbrauchen stellen. Die werden aber doch ein Spondy-Trick machen. Vor allem beim kleinen Fenster, wahrscheinlich. Ja, genau. Ah, jetzt fehlt das natürlich. Ein kleines Wein. Das große muss man aufgehen. Das große muss man aufgehen. Fünf Sekunden. Wer ist denn der Letzte? Wer ist denn der Letzte? Keine Ahnung Keine Ahnung, Mute ist es schonmal nicht Nehm mir doch nicht die Punkte weg, das sind die Einzigen die ich hier momentan teilweise kriege Pass auf, dass da nicht was auf ist Franz, pass auf dass da nicht was auf ist Doppelfenster ist noch clean Hier ist schonmal kein Der hat glaube ich Strom vorne dran gelegt Also drei Strom liegen vorhin hat der vorne hingelegt Aber einen hat der noch Aber einen hat der noch Hier sind welche Hier sind welche Äh stell ich mal lieber vors Loch da Äh Smokegranate vor dem Oh da haben wir aber einiges aufgemacht Äh Fenster Nein Vorsicht C4 Gehen sofort bei mehreren Fenster Doppelfenster ist offen, Vorsicht Doppelfenster ist offen, Vorsicht da Ja, checkst du da? Lukas? Ja Ja Dann kann ich ein bisschen hier Franz hier unterschlitzen Ich kann hier Franz hier unterschlitzen Ah Franz, da Du doppelst dich sehr 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 viel Ah Franz, da Du doppelst dich sehr 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 viel Badezimmer ist aktuell clean Momentan war nichts mehr im Doppelfenster Ist ja im Auto, ne? Ist ja im Auto, ne? Oh 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 Franz übernimmst du meine Drohne? Mhm Franz übernimmst du meine Drohne? Mhm Und der ist uns in äh Valkyrie Weil der ist wieder Tisch Detail Fenster, ne? Ja Ja Das war der am Fenster irgendwo Ab Valkyrie Das war der am Fenster irgendwo Das war der am Fenster irgendwo Das war der am Fenster irgendwo Oben ist er jetzt da aber Oben ist er jetzt da aber Da hat schon Bescheid Da hat schon Bescheid Da hat schon Bescheid Fitnessraum ist noch was Vor dem Deck passiert ist noch irgendwo eine Valkyrie Cam Da sind zwei hinterm Auto, ne? 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 Wer denn? Ah, ich seh die Valkyrie Cam Hab's dann Nein Es ist hier rausgekommen Nein Es ist hier rausgekommen Oh, ich hab die ganze Zeit angefrackt Unter nem Scheiß Unter nem Scheiß Ah Da hat nur mal Glass gebrochen Da hat nur mal Glass gebrochen Da hat nur mal Glass gebrochen Ah, fuck, das ist also klar Ah, da hat mir so viel aufgekommen Warte Ich hab doch doch Boah, ich hab krass doch noch dahin gekommen Ja, wir haben die Duelle nicht gewonnen, ne? Fuck Ja 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 Okay 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 Also Mira kann nicht den schnell nachladen Hm, hm, hm Hm, hm, hm Ich hab das Glass gebrochen, aber gut Ja Normalerweise gehen die Typen mir meistens zuerst nach oben Naja 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 Egal, jetzt können die schon nicht mehr Keller Ja, aber Keller ist eigentlich gut zu holen Ich greife Keller lieber an als Hauptschleppzimmer an Hm, hm Hm, hm Zieh Wiegen Wiegen Den Raum sichern, wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen Neue Übertragung Neue Übertragung Neue Übertragung Neue Übertragung Neue Übertragung Keine Sorge mehr wegen der Granaten Er Wer hockt? Wer macht den hier im Badezimmer? Ich kann das machen Was spielt denn überhaupt Franz? Offensiv oder Defensiv? Offensiv oder Defensiv Ich offensiv Ich offensiv Ja, okay Ja, okay Drei Drohnen ins Warte, Warte ich kann hier noch rein rutschen Keine kommen noch Noch 5 Sekunden 3 Drohnen Hab 3 Drohnen geholt War keine Twitch Drohne dabei Termite down Wollen wir so machen Schon gefetschert am Doppelfenster Wollen wir einfach so mal machen oder? Wollen wir einfach so mal machen oder? Ich kann einen umplatzieren Ein SteuSender Ja das ist zu spät glaube ich Die stehen da schon vor Ok Ich krieg SteuSender Bonus irgendwo Kann aber auch nur Scheißdruck Die haben jetzt hier gefetschert Kinderzimmer Ok Nee, Glass Tower ist clean Ich glaube das war wenn ich jetzt richtig gezählt habe Die dritte Fetscher Also die zweite sicher Zwei ist safe Ja ich glaube das ist die Bugsniper Echt? Echt? Laufen die irgendwo bei mir rum Auf dem Dopp glaube ich Kein Plan Kein Plan Der legt jetzt irgendwo an Der legt jetzt irgendwo an Ich denke da Ja Ja Sehr cool Aber Termite ist weg ne? Also frag ob ich Termite Also frag ob ich Termite Also frag ob ich Termite Wie Bekomm ich jetzt so viele Punkte da Und ich hab ein bisschen schwer Oh von wo? Oh von wo? Ja Ach der war bei dir da Ach der war bei dir da Ach der war bei dir da Das wurde mir natürlich nicht gerechnet Leer sie ist auf dem Tower Leer sie ist auf dem Tower Ja aber du bist die Doppeltür auf Ja aber du bist die Doppeltür auf Arbeit Traum Entstehen das immer Twitch kommt jetzt glaube ich rüber Fenster Doppelfenster Fenster Doppelfenster Fenster Doppelfenster Jetzt soll ich hier dran gehen Gleers kommt rein Gleers ist im Kinderzimmer Gleers ist im Kinderzimmer Twitch ist auch im Kinderzimmer Und ich glaub einer ist jetzt Zur Doppeltür vorgegangen Ich bin mir aber nicht sicher Ich bin mir aber nicht sicher Die haben mich jetzt hier nochmal gespottet Die haben mich jetzt hier nochmal gespottet Hab Twitch Hab Twitch Ja pass auf Doppeltür Okay einer hat Doppeltür Oh Smoke Oh da kommen alle rein Boah 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 Der hat nämlich gepusht Der Raft der pusht dich jetzt Die ist mit der Nervenschotte Voll Back ist noch irgendwo Ja Back ist noch irgendwo Er ist noch im Raum Der ist noch im Raum Ist noch im Raum Dann würde ich sagen Push die beide oder? Moment Ja aber Raph nicht sterben jetzt Ja aber Raph nicht sterben jetzt Ja du musst noch hin zu rein Oh Hinterm Bett Hinterm Bett Unterm Fenster Raph Na Boah, ich hab den voll in die Fresse geballert, ne? Also, er hat noch 50 Leben Andere Seite, Andere Seite Schieß! Ah scheiße Ah, Rathor, ähm, Rathor, dass Back auf deiner Seite war, ich dachte er wär im Kinderzimmer Läuft nicht Fuck Boah, ne? Also, wenn ich jetzt Bug gewesen wäre und der Gegner mute, ich hätte sofort einen Headshot kassiert von dem, ne? Ja, passt auf bei Strafe zu schauen, den hab ich den Thermal geholt Den hab ich den Thermal geholt Äh, äh Oh ney Wahrscheinlich noch Oh ney Aber Rath, gänzlich, äh, Glas? Ja, aber die können nicht mehr garage sein, ne? Ja, Gleis wird aufgespielt auf, aus, probier's auch noch aus Ja, wenn die, wenn die Garage sind, wird er aufgespielt Der Hälter muss jetzt localisieren Gut, aber das weißt er nicht vorher Gut, aber das weißt er nicht vorher Gut, aber das weißt er nicht vorher Ja, klar Hofft man einfach dann, ne? Aber werden wohl oben sein, würd' ich sagen Ja, über mir ist gerade irgendwas Ja, über mir ist gerade irgendwas Ploppt Jo, Kinderschlafzimmer clean, ähm, ach, safe Sorry Kinderschlafzimmer? Nee, Hauptschlafzimmer Nee, nee, Haupt, Haupt, Haupt Ja, Mira Fenster wieder, Richtung Kinderzimmer Ja, ist natürlich blöd Da müssen wir diese, diese Wand aufmachen Passi, du bist ja Ash Du musst gucken, dass, dass du diese Seitenwand da auf, äh, aufgeascht bekommst Äh, Jäger geht da hin, ja Ja, Jäger geht da hin, ja Hau, 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 Hau Ja, Saga Nix erwischt beim Gegenspray Nachlas Auch nicht Lade nach Äh, die haben Feiltür noch verschlossen Die haben Feiltür noch verschlossen Ja, alles ist schon nicht auf den Schrank Ich hab mobilen Schädlerstörter dahinter Versuch, versuch dir eine Ladung aufzubewahren Für, für den, für den Schrank da innen, ne Ja, mach ich den Schrank da innen, ne Ja, mach ich den Schrank da innen, ne Okay, ich bin drin Okay, ich bin drin Wird jetzt gleich vermutlich aufgehen, das Fenster, äh, Franz, ne Aber die haben da an der Seite auch ein Fenster Ja, aber die haben da an der Seite auch ein Fenster So, äh, Franz, komm weg, komm weg, damit ich aufmachen kann Mach Äh, die haben da an der Seite an der Seite Das geht in deinen Rücken, ne Ja Jo, hab, hab, hab offen Jo, hab, hab, hab offen Vorsicht von rechts, Franz Ist offen, Kinderzimmer Ist offen, von rechts, Franz Ja, war wieder auf Ja, war wieder auf Die Treppe ist auf, Achtung Die Treppe ist auf, Achtung Irgendwo einer ist auf der Treppe Ah, fuck Von wo? Von links oder von vorne? Jäger, äh, äh, draußen Links, links Also, Arbeitsraum war der Und dann hat der in die Tür reingepusht Scheiße Jäger, Mist, hier irgendwo sein Und der ist jetzt zurück wieder in den Arbeitsraum 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 ist der Treppe ist noch einer? Treppe, ja, genau Badezimmer sauber auf jeden Fall einer, der kann ich hören Welche Treppe ist denn der? Welche Treppe ist denn der? Welche Treppe ist denn der? Ähm, die, die hintere Arbeitsraumtreppe Ah, genau Was, Kohlzimmer? Wo, was? Der ist da wieder, der ist da wieder Ja, Treppe Ach, die hintere Das Castle, glaub ich, oder so was? Da, ne, Doc Ja, ne, mach mich jetzt Der ist weg Der hat sich ne Spritze gesehen Boah, fuck Da kann man so durch dieses kleine Fenster sehen, das wusste ich nicht Jäger, springst jetzt runter Boah, da hat der wohl gut gewusst, dass ich da dann hingehen werde Treppe ist jetzt hier Treppe ist einer hoch Beide Treppe, Beide Treppe Arbeitsraum Arbeitsraum, Badezimmer einer Oh Neutralisiert Ah, fuck jetzt Der hat der Huggard viel besser sehen können als du durch diesen Dampf Mh Mh Oh mein Pin geht auch steil, Gott Geht auch steil, Gott Ja, wohin gehen wir? Ja, läuft grad nicht so, wa? Ja, läuft grad nicht so, wa? Trink wieder Ja Keller oder nochmal Hauptschaftsimmer versuchen Nochmal Hauptschaftsimmer Nochmal Hauptschaftsimmer Nochmal Hauptschaftsimmer Okay, Franz, ich nehme an, du spielst jetzt definitiv Ne 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 Verstehst du vorhin Verstehst du vorhin Kein Fischpass Kein Fischpass Ich muss mich verstecken Ich muss Überraschungs sein Ich muss Überraschungs sein Überraschungs sein Fehlt uns da in der Wand aber Fehlt uns da in der Wand aber Fehlt uns da in der Wand aber Wasser, du machst da mal Nein, ist da rein, in den Raum reingekommen Die ist weiter hinten durch Alter, die Drohne ist laggy Oh Au Oh Oh Ich denke, die haben dich gesehen Ich hab hier noch 30 Ich hab hier noch 30 Ich hab hier noch 30 Es bleiben, 5 Sekunden Die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgut-Behälter localisiert Oh Oh, wenn ich jetzt gegen Twitch-Drohne kassiere, ne Dann bin ich tot Twitch-Drohne kommt Haupt-Tür Twitch-Drohne kommt Haupt-Tür Ne 1-Tür, Badezimmer Ne, jetzt sie weg Ne Jetzt sie weg Wenn die kommt, fang ich die ab hier Vom Kinderzimmer Ist der sein da bekommen? Da sind schon drin Da sind schon drin Nochmal Stößender bekommen Kleiderschrank oder Doppelfenstermach Kinderzimmer war das gerade Auf Granate Auf Granate Ne Drohne hier Unter der Doppeltür Kinderzimmer Kinderzimmer Ich hab Schabbebekommen Ich hab Schabbebekommen Jetzt War das ne Schabdrohne oder Normal? War das ne Schabdrohne oder Normal? Normal Normal Kinderzimmer Kinderzimmer 1-30 Fensters offen Fensters offen Fensters offen Die legen dann der Kinder Äh, Buck ist wieder dieser Scheiß Übergang da Übergang da Übergang da Ab Band Nice, danke Doppeltür Ähm Doppeltür Ähm Doppeltür Ähm Ab Doppeltür War das okay Komm rein die ist auch arbeitszimmer es ist ich glaube die ist an dein schild ich glaube die ist an francis mg könnte gut sein dahinter ist noch der eine leute ja das ist wo ein ein Denn, ey, super los. Ja, zum Glück habe ich da mal ein Duell gegen Ash gewonnen. Jetzt können wir mal ein bisschen aufräumen. Können die, die können eigentlich nirgendwo mehr, außer unten, ne? Kinderzimmer oder Erdgeschoss? Boah, dann auf jeden Fall ist es gut. Ja, viel ist sehr gut. Ja, viel ist sehr gut. Brauchen wir Kinderzimmer und Erdgeschoss-Thermite unbedingt? Ne. 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 Ich nehme trotzdem mal Fettschap, falls ihr irgendwie aufweist oder sowas haben. Fettschap, falls ihr irgendwie aufweist oder sowas haben. Jo. Egal, wo die jetzt sind, wir müssen auf jeden Fall damit rechnen, dass die uns bad umlaufen werden. Ja, weil man kann die Räume auch schon nicht verzeihlichen. Ja. Alles klar. Und sie sind Kinderzimmer. Okay. Ja, die schießen schon alles auf. Aber da kann man richtig gut? Ja. Hier die... Ah, ich will nicht so durch nicht. Also müssen wir auch das quasi mit zwei Läscher angreifen. Wunderschön. Ah, die machen alle so auf. Zwei Läscher sind drin. Auch passen mit dem Tower. Also, die haben da, wenn da die Wände offen sind, haben die da einen guten Blick auf den Tower. Gute Arbeit. Der Bio-Gefahrgut-Behälter wurde lokalisiert. Ich hab Franzosen... Wir müssen eigentlich die komplette Oberetage saufen. Und dann die beiden Treppen. Und dann die beiden Treppen. Ja, das wird lustig. Eric... Ah, wir haben jetzt gar keinen mehr mit Claymore, ne? Wir haben jetzt gar keinen mehr mit Claymore, ne? Ne. Ne. Aber das ist jetzt natürlich... Das ist jetzt natürlich ein einziger... Das ist jetzt natürlich ein einziger... Der einzige Nachteil jetzt ein bisschen. Der einzige Nachteil jetzt ein bisschen. Der einzige Nachteil jetzt ein bisschen. Und nicht alle Fenster aufmachen. Nur einfach einmal cruisen, würd ich sagen. Ja, ich wollte da nur durch. Ja, ja. Ich will. Ich will. Unfuse mal da. Unfuse mal da. Unfuse mal da. Crap. Unfuse. Ab zwei Schaftdrehte. Ab zwei Schaftdrehte. Boah! Der fucking Thor. Boah! Ist was erwischt? Du hast erwischt? Boah! Du hast das stört. Ja, ich bin noch nicht auf dem Kopf, hier mit abgezogen. Boah! Das kann nicht sein, ey! Boah! Der hat noch so wenig, Dorf. Aber der heilt sich jetzt einfach. Ja, der halte ich die ganze Zeit. Im Raum selbst? Ja, Arbeitsraum. Haben wir noch die Standard-Kennend draußen? Wir haben noch die Standard-Kennend draußen. Ah, unten ist Weltfried. Ich bin angefögert. Ah, fuck. Smoke war der... Über die Geräte. Keiner. Smoke hat er nach Hälfte des Lebens. Ja, Doc ist aber da, ne. Der kann... Der Doc bestimmt schon ein oder zwei Spritzen durch. Naja, ich hab nämlich schon einmal Daungert Millimeter. Dann hat er sich gehalten, dann hat er noch gegeben. Ja, ja. Da hatte der nochmal so 20-30 Leben ungefähr. Da hat er sich sicher auch nochmal gehalten. Okay. Jetzt, Backreer läuft jetzt hoch. Huh. Bauer. Bauer. Das war... Das war... Das war... Das war... Das war... Das war... Apsimus hoch. Ich hab keine Ahnung, Bandit war auf die Frameschütte. Bandit war auf die Frameschütte. um das ist vielleicht gleich wo der rauslauf das ist mal die Frage wo also die Frage ob du schon schneller dich reinschwingst aber der Fahrrad ist offen oder über dem Anlektry 15 Sekunden übrig was haben sich immer nicht oder scheiß noch mal markiert der war auch kam dann natürlich genau vor dass ich mich nach hinten geschwungen habe na guck der war gepusht ja ich war doch noch 100 Sekunden vorher markiert ich hab den auch so einen Millimeter daumen geschossen naja gut zweite Runde heute zu vergessen fuck wer wollte eigentlich haus wer wollte eigentlich haus oh der war Silberspieler ja die brauchen wir noch nicht die brauchen noch die Ulan ja ja jetzt mal ein bisschen besser bei mir kommen ja ein bisschen besser bei mir kommen ja 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 ja